Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Nioh. Okay, jetzt werden wir mal den Boss von diesem Areal hier herausfordern. Ich bin gespannt. Jetzt kommt eine riesige Fledermaus. Kann aber nicht sein, aufgrund der ganzen Spinnenweben. Ja, lecker. Okay, yum. Okay. Wow, eine sexy Spinnen- Wow. Sexy Spinnen-Flash-Fledermaus-Lady. Wow. Au. Nein, weg, weg. Fuck. Wow. Das war ja schon mal nix. Das war schon mal ziemlich schlecht. Ah, egal. Da ich ja jetzt den Nebel gelichtet habe, sollte mir ja eigentlich der Weg komplett frei stehen. Bis dorthin. Wisst ihr was? Ich ignoriere jetzt einfach mal sämtliche Gegner und laufe komplett durch. Mal gucken, wie das funktioniert. Sollte eigentlich klappen. Das war ja schon mal nix. Okay. 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 Heliumspalm für mich selbst. Unfassbar. Schon wieder so ein dummer Moment. aber ich glaube da wäre ich kaum rausgekommen ohne überhaupt zu sterben wenn ich schon auf diesem kleinen vorsprung gelandet bin von dem aus ich überhaupt nicht in der lage bin irgendwo anders hin zu springen ohne zu sterben ich fürchte das wäre nicht mehr möglich gewesen okay einfach nur durchlaufen so perfekt genau so habe ich mir gedacht wo ist mein ach ja der wolf ist ja schon so mit zurückgekehrt ups stimmt ja au 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 wo shit gott die mit ihren high heel tritten okay ja großartig ich hätte auch noch einen schrei mit deren hilfe sie in der lage ist mich komplett zu lähmen läuft oh mann ey könnte sein dass das der erste boss ist wo ich mir eventuell menschliche hilfe holen werde vor allen dingen weil mein elixier lager bestanden mittlerweile nicht mehr ganz so gut aussieht okay dieses holz geländer lässt sich nicht mit meinem schwert dann durchschlagen dein scheiß ernst nein lasst mich doch in ruhe leute also ich fürchte mit so viel bereits genommenen schaden kann ich theoretisch auch wieder zum schreien zurück kein aber scheiß drauf ich möchte die erfahrungen gegen den boss sammeln ja so 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 Erstmal meinen Wolf zurückholen. Nein, das gibt's doch nicht. Ich muss mich vor diesem komischen Schrei echt in Acht nehmen, aber ich muss noch die Animation genauer studieren, an der ich erkenne, dass sie diesen Schrei überhaupt ausführt. Das wird, glaube ich, jetzt die größte Schwierigkeit sein. Verdammt, okay, wartet mal kurz, ich guck mal, ob ich einen menschlichen Partner finde. Oi, ganz gibbel, okay, hi, verbeugen wir uns mal, hallo? Ah ja, hat sich auch verbeugt, nice, okay. Ich laufe erstmal durch und hoffe darauf, dass er mir folgt. Wenn er alle Gegner hinter mir erledigt, dann ist das auch in Ordnung. Wow, jetzt bin ich gerade im Online-Modus und da gibt es scheinbar deutlich mehr von diesen Schwertern. Sehr interessant. Ich warte mal auf ihn. Ja. Okay. Wo läuft er denn lang? Hm. Ah, da ist er. Okay Folgt er mir nicht? Oh, what the fuck? Der ist da unten am Snipern? Okay Den hat er gesnipet Okay, wisst ihr was? Ich folge ihm lieber Ich möchte nicht, dass wir uns irgendwie verlieren So Okay Ich möchte vor allen Dingen nicht, dass er stirbt Der hat ja jetzt schon nur noch die Hälfte seiner Energie Kann man sich überhaupt heilen, wenn man gerade in der Welt eines anderen ist? Geht das? Ich weiß es nicht Im ersten Souls Teil ist es immer so gewesen Ah, er hat sich geheilt Okay Im ersten Souls Teil ist es so gewesen, dass man selbst Äh, die Phantome geheilt hat Oh Oh Okay Wow, hoppala Da ist er unten Okay, krass Oh nein Nein, hier ist einer ein Schrein gewesen Oh Deshalb hat er mich hingeführt Okay Geiler Typ Ähm, nein Ich möchte ihn noch nicht verlassen Ah, ich kann aber einen Schrein besuchen Okay Das ist nett Dann nutze ich die Gelegenheit Um einen Stufenaufstieg zu machen Ähm Geist aufleveln Ja Ist okay So 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 Nice Nice Sehr gut Okay Okay Ah Tschüss Falls es irgendwelche Standardbenimmregeln in Neo geben sollte Was Phantome angeht Also außer verbeugen und so weiter Ähh, sagt mir ruhig Bescheid Falls es irgendwie keine Ahnung Gang und Decke ist Dass man jedes dieser Schwerter hier beschwört, wenn man so einen Typen dabei hat. Weiß ich ja nicht. Falls ja, dann keine Ahnung. Könnte ich es mir gerne schreiben. Ansonsten, ja. Ne, hier ist schon alles gecleared. Hier habe ich den schon. Danke dir. Der zeigt mir hier echt alle Fundorte von den ganzen Sachen. Von den Geistern. Netter Typ. Sehr, sehr liebes Phantom. Wie man das auch aus den Souls-Spielen kennt. Die helfen einem auch abseits vom Boss-Kill. Sehr, sehr gut. Oh nein. Nein. Du Arschloch von einem Dämon. Nein. Och nö. Och ist das der Scheiße. Scheiß Dämon. Ja, so leicht kann es gehen. Der Typ kennt sich eindeutig besser mit Nioh aus als ich. Und ist trotzdem durch zwei Schläge von dem Mistvieh gestorben. Ach, Mann. Okay. Besucher herbeirufen. Versuchen wir es noch einmal. Vielleicht kriegen wir ja den gleichen noch einmal. Ich frage mich auch, wie man in der Lage ist, diese Becher zu farmen, mit denen man die Besucher beschwören kann. Das würde mich auch interessieren. Ich meine, ich meine, man kriegt sie wahrscheinlich von den ganzen Phantomen, die man hier als Gegner beschwören kann. Ich glaube, von denen kriegt man das ziemlich oft. Die Becherlein. Glaube ich. Okay, ich setze mal einen Schnitt, bis mir ein weiteres Phantom erscheint. Jawohl. Mago hat... Ah, okay. Hallöchen. Krass, kann man... Okay. Wie hast du einen weiblichen Charakter gekriegt? Wie geht das? Seriously. Ich möchte das wissen, denn es könnte sehr gut sein, dass ich mir dann auch einen mache. Einen weiblichen Charakter in solch einer Welt der Ärsche tritt? Das ist doch nice. Jesus Christ! Die One-Hit-It-Alles hier! Alter Vater! Krass! Krasse Lady! Sie ist eine Arschtritt-Person in Menschengestalt. Wow! Ja, und sie sieht gerade... Okay, er hat schon alles zum Boss hinter sich. Au! Okay. Was? Achso, ah, okay. Ja, stimmt. Ich muss ja erst den Bossfight auslösen. Das war jetzt so ein kurzer Dirt-Moment. Das war jetzt echt zu einfach eigentlich. Ich hab doch nicht mehr meinen Wolf wiedergeholt. What the fuck? Was geht? Wie geht das überhaupt? Wie kann die so overpowered sein? Wie genau wird hier das Matchmaking im Co-op-Modus geregelt? Gar nicht, oder? Okay. Das wirkte gerade so, als ob sie schon Level 100 wäre oder so. Holy fuck! Krasse Scheiße. Okay, Mission erledigt, I guess. Oh mein Gott. Dass es so einfach wird, hab ich mir ja jetzt eigentlich auch nicht gewünscht. Wenn ich schon Leute beschwöre, dann damit der Kampf leichter, aber immer noch spannender ist. Äh... Woa! Woa! Okay? Hm. Besessen von Fuse-Ushi durch Geistteilung. Okay, habe ich einen neuen Schutzgeist freigeschaltet, scheinbar. Oh, nein! Mit dem Kazu-Kanjong ist das, hat er sich nicht nur mit dem Kazu-Kanjong ist. Mein Vater wurde von der Welt entfernt. Geist mit dem Kazu-Kazu-Kazu! Herr Nagamasa, nicht zufrieden. Es gibt Menschen. Der Geist sieht awesome aus. Kriege ich den auch bald? Alles klar. Selbst die sprechende Katze hat ihren Spaß. Der Katzengeist. Oh Mann. Da wird's dem William zu bunt, was? Der Katzengeist. 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 Ah ja. Puh. Die nächste Storytrophäe, wie es mir scheint. Sehr schön. Okay. Okay. Der Katzengeist. Der Katzengeist. Und... Der Katzengeist. Der Katzengeist. So... Der Katzengeist. Der Katzengeist. Der Katzengeist. Der Katzengeist. Der Katzengeist. Der Katzengeist. Pine. Double Touchy. Das behalte ich mal. Das Genen... Ähm... Ja. oder? Ne, das könnte glaube ich stärker sein als das Ding, das ich gerade ausgerüstet habe 131, ja 117 131 145, okay, ist doch nicht wirklich stärker Moment mal, Handrohr das ist neu, ich glaube das behalte ich erstmal, das sieht interessant aus so, alles zerlegen enthält einen Gegenstand, der ungewöhnlich oder besser ist, möchtest du wirklich zerlegen, ja, möchte ich Du hast den höchsten Vertrautheitsgrad mit einigen der gewählten Ausrüstungsteile erreicht möchtest du sie wirklich zerlegen äh, ja, komm so Neuschmieden Das hier könnte eventuell was für mich sein Moment, vor dem, nach dem Neuschmieden Achso, ja, okay Das brauche ich erstmal nicht würde ich sagen Seelenbild Schmieden Doppelkatana Davon könnte ich eines schmieden Aber es hätte nicht mal annähernd äh, einen Schadenswert der, glaube ich, dem meiner jetzigen Waffe gerecht wird Denke ich jetzt mal Ich würde auch sagen Ich werde mich mal in dem Dojo weiter umgucken Denn es heißt auch, dass ich einige Gegenstände nur durch diese Tutorial-Missionen hier kriege Äh, das hier habe ich doch eigentlich schon abgeschlossen Aber aus irgendeinem Grund sehe ich da keine Haken dran Okay Ähm Hm Ich glaube, ich mache erstmal das hier Ah, William, du bist gekommen Wenn du Interesse hast, bringe ich dir gern bei Was ich über den Weg des Ninja weiß Oh, ich weiß, dass du stark bist Aber schon bald wirst du auch Feinde treffen Gegen die dich ein Frontalangriff Nur ins Verderben stürzt Ein Ninja jedoch schlägt von hinten zu Unsere Stärke liegt darin Das Schlachtfeld selbst zu kontrollieren Die Beherrschung unserer Methoden Wird dich zu einem noch größeren Krieger machen Alles klar Machen wir das erstmal Danach werde ich die zweite Tutorial-Mission machen Und dann sehe ich ja anhand Des, äh, Häkchens Oder Nicht-Häkchens Ob diese Missionen Auch als, äh, erledigt markiert werden Okay So Locker eines berühmten Ninja Benutze H-Locken, um verschiedene Arten von Fähigkeitspunkten zu erhalten Ach, soll ich die jetzt benutzen? Okay Setze Fähigkeit unter Fähigkeit Erlernen ein Um meine Fähigkeit zu erlernen Hätte ich jetzt nicht gedacht, du Moment So Ah, hier Ninja Oh Du wirfst einen weiteren Schuriken, wenn du nach einem Schurikenwurf erneut die Taste drückst Aha Du kannst Ninjutsu und Onmyo-Fähigkeiten an einem Schrein vorbereiten und sie wie Gegenstände einer Bindung zuweisen Die Fähigkeit Jutsu bereit machen wurde freigeschaltet Ah Sieben Schuriken Schuriken sind einfache Wurfsteine der Ninja und Blendschale Äh, du hältst zwei Blendschalen bereit Wenn du sie wirfst, zerspringen sie und hinterlassen eine Staubwolke Gegner, die damit in Kontakt kommen, können keine Schuss- oder Wurfwaffen einsetzen Verringert die Distanz, über die du gegnerische Spiele erfassen könnt Okay Kann scheinbar beide ausrüsten Ich habe leider keine Jutsus So Okay Das ist erledigt Wohin als nächstes? Äh Hallo? Wow Hi Mission abgeschlossen Okay Ja Zum Ausgangspunkt zurückkehren ist in Ordnung Alles klar Also diese Gegenstände bzw. den Menüpunkt am Schrein hätte ich gar nicht freischalten können, ohne diese Mission zu machen Interessant Ja gut Dann wäre das auch schon abgehakt Das heißt, als nächstes gucke ich mir noch einmal die Dojo-Trainingsmission an Du hast ein Talent dafür, William Du hast ein Talent dafür, William Mit diesem Maß an Eifer und Übungen wirst du zweifelsohne auch schwierige Techniken meistern Später werde ich dich weitere Geheimnisse lehren Vernachlässige in der Zwischenzeit nicht dein Training Moment Toreibforte Yo-Kai reich mit einem Begleiter Zufallsbegegnung Besuche andere Spieler und schließe dich mit ihnen zusammen Schließe dich mit einem anderen Spieler zusammen, um eine Mission abzuschließen Ah Ist wahrscheinlich Also auf diese Art und Weise werde ich wahrscheinlich direkt von Anfang an der Mission mit einem Partner zusammenarbeiten Anstatt dass ich zwischendurch einen Becher benutzen muss Denke ich jetzt mal So, angewandte Steuerung, Einsatz von Fernkampfwaffen und belebten Waffen Das Tutorial haben wir doch schon einmal gemacht Denke ich Deswegen werde ich das einfach mal skippen Also ich werde euch das jetzt nicht noch einmal sehen lassen Das muss ja nicht sein, ihr habt es ja schon gesehen Und dann schauen wir mal, ob gleich das Häkchen neben der Mission erscheint Ha Tatsächlich, ich muss die Tutorials scheinbar nochmal machen Ja gut, dann erledige ich das hier auch nochmal So, das wird damit erledigt Jawohl, überall die Häkchen beim Dojo Ähm Ach ja, ich habe ja jetzt genug Amrita für ein weiteres Level ab Dann werde ich den Geist auch noch einmal, äh, verbessern Erhöht meine Bindung, Yo-Kai-Schutz Und Onmyo Magiekraft Äh, Magiekraft Und mein Leben erhöht sich auch noch geringfügig So, okay Vielleicht sollte ich mein Leben demnächst auch noch ein bisschen stärker erhöhen Wenn man bedenkt, dass manche Gegner mich two-hitten konnten Das ist auf jeden Fall ein Status, den ich nicht aufrechterhalten möchte Naja Okay Ähm, jetzt werde ich auf jeden Fall die Nebenmission machen In Flammen gehüllt Erinnerst du dich an das Dorf, in dem du Meister Hanzo begegnet bist? Dort scheint nun eine geheimnisvolle neue Macht am Werk zu sein Der Dorfälteste sagte mir, dass das ganze, äh, das ganze Gebiet sei wie ein Höllenschlund Bitte kehre in das Dorf zurück und rette es, bevor noch Schlimmeres passiert Kein Problem Versuchen wir unser Bestes Ich würde auch sagen, sobald ich hier in dem Gebiet am Schrein bin, beende ich den Part für heute Und dann machen wir die Nebenmission im nächsten Part Bin ich gespannt drauf Im Übrigen, ähm, einer meiner Abonnenten hat mir bereits angeboten Mir bei sämtlichen Bossen zu helfen In dem Spiel Was bedeutet, also ich bin durchaus geneigt, diese Hilfe anzunehmen Angeblich, äh, sind nicht mehr allzu viele Spieler hier online unterwegs Auch wenn ich jetzt gerade, äh, im letzten, in diesem Part das Gegenteil gesehen habe Also ich habe eigentlich relativ fix online Partner gekriegt Aber, naja Ich möchte ja die Abonnentenhilfe jetzt nicht komplett in den Wind schlagen Bei vielen Sachen denke ich mir, okay, ich komme eigentlich auch alleine recht gut klar Bis dann einen gewissen Punkt Und dann, äh, würde ich durchaus Hilfe annehmen Deswegen, ja Ich werde hier definitiv an einigen Stellen die Hilfe meines Abonnenten noch hinzuziehen Aber jedenfalls an der Stelle mache ich heute erstmal Schluss, Leute Vielen lieben Dank fürs Zusehen Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal Ciao, ciao